Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Adventstürchen. Ich melde mich heute aus unserer Kirche zum Guten Hirten. Das Lichtermeer, was ihr gerade gesehen habt und vielleicht auch im Hintergrund gerade seht, haben wir für unsere Lichterandacht am 3. Dezember aufgebaut. Kerzen gehören so zur Adventszeit. Licht gehört zur Adventszeit. Das Licht, das immer mehr wird bis Heiligabend. Wir warten auf den, der uns das Licht bringt. Jesus, der an Heiligabend geboren wird. Ich persönlich muss immer, wenn ich eine Lichterandacht feiere, auch an meine Kindheit denken. In meiner Heimatgemeinde in Solltau hatte ich immer am 1. Advent meine Tauferinnerung in einer Lichterandacht. Da waren alle, die dann im Dezember getauft wurden und haben sich eine Kerze angezündet. Und ich muss dann immer dazu an das Lied denken, was halt jetzt zur Weihnachtszeit, aber halt auch zur Taufe passt. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Ich wünsche uns und euch, dass wir eine schöne Adventszeit haben. Trotz allem, was so drumherum ist und dass wir sie genießen können und dass sie gesegnet ist. Bis auf ein Wiedersehen. Ihre und eure Kathrin.